So, das Rückmatch-Match. Ja, da Fraps ja meinte, in den letzten paar Sekunden vor Matchende, ja, Anfang des Matches dann bis zum Ende des Matches nicht mehr zu starten zu müssen, gibt es jetzt einfach ganz schnell das Re-Match und dann ist es schick. Wenn ich hasse das, Fraps schaltet es sich manchmal automatisch bei mir aus. Ich weiß bloß nicht, warum. So, schnell auf den Schwetterling wieder. Ja, ich hab mich ein bisschen besser angestellt als letztes Mal. So, wieder umändern. Oh, ich werde dich doch schon getrunken. Ja, es war einfach nur hin und her, einfach schnell gemacht. Ja, schnell gemacht. Ihr wisst, was ich meine. Eintraffer noch, wenn man gut ist. So, das war's eigentlich. Müsste es gewesen sein. Und down. Ja, das war's. So, das hat ja nicht viel verpasst. Das war eigentlich genau so, was zu machen. Ähm, ich weiß bloß nicht, warum Fraps das nicht mehr aufgenommen hat. Erst am Ende wieder. Ja, das wird, das Video wird dann noch hinten dran gehängt, dann. Und dann wird es. Oder wird eine Art Einzelvideoteile gegeben. Nee, jetzt funktioniert alles wunderbar. Hm? Okay, ähm. Das war's. Bis demnächst mit neuen Projekten und so. Alles weiter und so fort. Bis demnächst mit neuen Projekten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020